Der wird's schon wissen. Ich bin nicht so wie deine Mikrofonqualität. Es ist eher nicht so vorhanden wie dein Skill, oder? Oh fuck, ich bin ja jetzt raus. Sag doch was, dass ich dran bin. Was zur Hölle? Wir sind doch zu zweit. Ja trotzdem kannst du sagen, dass ich dran bin. Ich darfst du jetzt selber diesen Kraft. Ach wirklich, Lukas. Was? Snapst du mich dafür, dass du's nicht rauskommst? Ja, halt's mal. Julian, schau mal, Snapchat geht. Ich schick dir kein Video. Warum nicht? Komm her und schau's dir an, ich bin grad faul. Grade. Lala. Kann man einfach kicken. Julian, ich mach jetzt den Arm hoch! Scheißdreck verreckter. Nochmal. Oder was anderes. Stickfight is the game. Ja okay. Ja okay. Wo ist deine Hanna? Sammel! David komm schau. Ich bin am weg. Fuck nein! So ein dummer Wichser, was soll das jetzt schon wieder? What the fuck? Do you know the way? I know the way and the way is without you. Wenn ihr mich nicht binnen drei Sekunden einladet... Einen Moment. Dann... Dann Rados im Karton! Ich hab das verboten. Cool. Ich Lein, du musst den eben umlegen. Hä? Der war so. Dazu in der Kamera und ein bisschen zur Demokratie. Ja. Mama! Hallo, wer legt den Schalter um? Tschüss! Impressiv! Impressiv? Ja, impressiv. Das ist cool, impressiv. Wupsäge! Unangenehm! Wups! Da! Fick dich! 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 Junge! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ab! Fick dich! Ja, aber es funktioniert nicht! Da stand... Oh Mann, irgendwas mit einer Version, dass es nicht mehr spielt. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Oh mein Gott! Nein! Da sind alle Leute trainieren! Da sind alle Leute trainieren! Da sind alle Leute trainieren!